Hallihallöchen und herzlich Willkommen hier zurück bei Digimon World 2003. Ja, wieder Freitag, wieder ein Live-Let's Play, wieder 18 Uhr. War das deine Freundin im Hintergrund? Nein, das war ich gerade gewesen. Tatsächlich, ich klinge wie eine Frau. Schön. Es ist bei mir niemand im Hintergrund. Alter, jetzt kriege ich Paranoia. War es deine Freundin im Hintergrund? Ich muss jetzt mal gucken, ob sie hinter mir steht. Ich kriege jetzt gerade ein bisschen Paranoia. Aber ja, auf jeden Fall nochmal an alle, die jetzt auf YouTube nicht live gucken. Hallöchen. Sehr männlich, sehr professionell. War das deine Freundin im Hintergrund? Ist jetzt ein bisschen... Ja, schön. Zum Glück spiele ich gerade kein Horrorspiel. Die Wohnzimmertür ist auch geschlossen, also es kann nicht niemand irgendwie aus dem dunklen Flur reinschauen, dass ich irgendwie in Panik gerate. Ja, was möchten wir dann heute mal machen? Erstmal bin ich ja hier sowas von falsch. Ich bin sowas von verdammt falsch. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich könnte ebenso gut sonst wo sein. Wir müssen nämlich, habe ich jetzt herausgefunden, danke an alle, die das geschrieben haben, es waren mehrere. Es waren mehrere. Es waren mehrere, die natürlich alles wissen. Nur ich habe keine Ahnung. Aber schön, dass ich euch dann dabei habe. Dann können wir das ja wenigstens zusammenspielen. Ich muss nämlich zurück zum Azuka-Server. Und da muss ich nämlich nach Azuka City. Ergo, wir sind dermaßen weit weg, davon entfernt, wo wir hätten sein müssen, dass das gar nicht angehen kann. Und dass das jetzt garantiert mindestens zwei, drei Stunden dauern wird, die wir da hin brauchen. Aber das können wir alles auch gut zum Leveln benutzen, weil ich bin ja, ich bin ja bestimmt immer noch unterpowered. Mit meinem Level 34 an. Ich habe immer noch sechs Level bis zum Mega-Level. Ja, hallo Iris und hallo Punsch. World of Warcraft, sehr schön. Ha, ich habe noch keinen Tisch. Oder meinst du meinen Schreibtisch? Na, niemand da, Gott sei Dank. Vorsichtshalber mal nachgucken. Man weiß ja nie. Ich werde hier ganz paar, äh ja, ich werde auf jeden Fall keinen Resident Evil Livestream machen. Der macht mir ja jetzt schon Angst. Ganz ehrlich, ihr macht mir jetzt schon Angst. Ich kriege jetzt schon Schiss. Gut, was fangen wir an? Ich fange an. Ich latsche jetzt einfach mal los. Wir sind am Schneeberg. Sowas von falsch. Und müssen irgendwie versuchen zurückzukommen. Ja. Leider weiß ich auch echt nicht mehr, durch welches Loch wir gekrochen sind, dass wir hier angekommen sind. Das ist schon, äh. Ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, wir... Schlafzimmerküche. Äh, hä. Angst. Ne, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück nach Azuka City. Und da müssen wir nämlich ins Admin Center. Da... Resident Evil Livestream. Was? Ermutigt mich nicht, nachher mache ich das noch. Ich habe Angst. Das wird dann auch noch mit Facecam sein. Oh Gott. Ermutigt mich nicht. Ich sage euch das. Oh, es läuft geil. Ja, heute wird bestimmt die 99 erreicht. Wir sind ja schon fast dran. Man kann ja sagen, wir haben es ja fast erreicht. Die 90 ist... Die 90 ist... Es ist nicht mehr so weit entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Was? Livestream Resident Evil? Bin ich mir auch nicht sicher. Ich wünschte ja, das würde es als VR geben. Genauso wie ich Outlast auch als VR haben will. Aber... Naja. Was will man machen? Es hätte... Es hätte schon Stil. Komplett das Spiel in VR durchzuspielen. Wäre, glaube ich... Mega übel. Aber auch mega cool. Ja, wir... Ja, Facecam. Ja, jetzt keine Facecam. Kannst du mir... Der Chris, kannst du mir ja deinen Dienstplan schicken. Und dann kann ich mir die Tage raussuchen, wo ich das machen kann. Dann können wir uns gegenseitig abstimmen. Oh Gott, jo. Ja, das ist normal. Die Hand auf meinen Schultern ist normal. Das bin ich schon gewohnt. Das ist der Geist. Der vergangenen Weihnachten, der ist ein bisschen spät dran. Der will mir noch von Weihnachten erzählen, aber... Wir sollen mal lieber den Geist der vergangenen Ostern anrufen, weil der kann schon mal langsam den hier antanzen. Dann kann er mir nämlich darüber schon mal eine... Eine Geschichte erzählen. Ich höre keine bedrohliche Musik. Alles ist gut. La, 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 la. La, 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 la. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. La, la, la. Was, die Lavandiermusik, was? Warum macht ihr das denn jetzt? So, ich gehe jetzt hier einfach mal in das Loch. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ich bezweifle es fast. Das war nicht so nah gewesen, das Loch. Ist hier jemand, mit dem wir quatschen können? Wenn hier keiner ist, dann ist das nämlich das falsche Loch. Hörst du auch die Lavandier... Ich weiß nicht, was die Lavandiermusik ist. Ich bin... Bin ich... Bin ich... Bin ich so... So was? Jede ungerade Kalenderwoche kannst du abends machen. Die blicken mit ihrem toten Gesicht über deine Schultern. Joa, kann sie machen. Wehe, die guckt mir in den Ausschnitt, die Alte. Dann gibt es Ärger. Ich lasse mich hier nicht in den Ausschnitt luschern. So, das ist, glaube ich, das Loch, aus dem wir gekrochen sind. Boah, ich glaube, das läuft wirklich darauf, dass wir mal ein Lifesteam mit Resident Evil machen, was? Mit dem neuen... Oh Mann. Schön. Ich bin hellauf begeistert. Jetzt müssen wir aber erstmal zurücklatschen. Dafür müsste er Pokémon spielen. Ah. Die Stadt. Jetzt verstehe ich. Ne, Pokémon spiele ich nicht mehr. Ich bin... Bin jetzt erwachsen. Hahaha. Nur Pokémon Go. Aber wobei, das habe ich auch schon wieder aufgehört. Das frisst mir zu viel Datenspeicher und alles. Pokémon Go war ein bisschen zu... Over... Pokémon Goat. Weil das ja auch eigentlich ganz... Es wird auch irgendwann eintönig, das Spiel. Aber jetzt verstehe ich wenigstens, was du meinst mit Lavandia-Musik. Ich hoffe, jetzt laufen wir wirklich richtig. Apo Gegner. Ah, ja. Wer? Was? Ah, doch nicht normal Angriff. Hilfe, ich werde abgelenkt. Ich kann da nichts für. Falls wir jetzt sterben, ist nicht meine Schuld. Ah, den kann ich auch so zusammenschlagen. Sehr schön. Mon Mon, sehr gut gemacht. Äh, ein pretty, äh, stolz auf you, glaube ich. So. Jetzt müssen wir auf jeden Fall... Jetzt, glaube ich, beginnt erstmal richtig die Lauferei. Die Latscherei quasi. Wenigstens haben wir auch bald Mega-Digimons. Ich kann es kaum erwarten, endlich Mega-Digimons zu haben. Ich finde, das zieht sich sehr lange hin mit den Mega-Digimons. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, der Bärmon da, oder wie auch immer du heißt. Kumamon, Kumamon, glaube ich, ne? Irgendwie, oh man. Komme ich denn jetzt wirklich von hier am besten? Der schnellste Weg wirklich zurück in den anderen Server ist ein schneller Weg zurück. Glaube ich hier richtig? Ja, ich weiß nicht, ja. Ich sag jetzt einfach mal ja. Was war das denn jetzt? Irgendwie ist gerade alles kurz abgestürzt und jetzt ist es irgendwie wieder da. Voraussichtlich. Irgendwie ist ja gerade mein OBS und sowas ist auch alles gerade abgeschmiert. Ach, frag mich nicht, frag mich nicht. Verwirrt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie. Irgendwie ist gerade einfach alles abgeschmiert. Gut, aber jetzt scheint es... Es scheint jetzt aber auch alles wieder zu laufen. Keine Ahnung, was das jetzt war. Weiß ich nicht. Aber es läuft jetzt wieder. Gut, läuft wieder. Okay, jetzt wird es hier langsam wirklich ein kleines bisschen gruselig. Weil ich habe eigentlich nichts gedrückt. Ich wüsste nicht, warum plötzlich mein OBS sich ausschaltet und sich auch von alleine wieder... Von alleine wieder anschaltet. Jetzt... Jetzt kriege ich doch ein kleines bisschen Angst. Ich gebe es zu. Ein ganz kleines bisschen habe ich doch Schiss. Ruckeln dürfte es... Also von mir aus dürfte es eigentlich nicht ruckeln, weil ich keine einzigen Frames verwerfe. Was? Ratchet & Clank? Das habe ich doch schon durchgespielt. Das ist doch schon durchgespielt, Ratchet & Clank. Tja, irgendwie... Ja gut, auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall wieder da. Keine Ahnung, was das jetzt war. Irgendjemand hat auf den Knopf gedrückt, dass die Aufnahme ausgeht. Und dann auf den Knopf gedrückt, dass die Aufnahme wieder angeht. Und ich werde heute Abend nicht ruhig schlafen können. Ich weiß das jetzt schon. Ich werde hier in Panik liegen und quasi Panik haben. So. Ich bin jetzt... Plug Cup. Gut. Genau da wollte ich in etwa hin. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir zu dem anderen Server kommen. Da könnte ich... Da könnte ich jetzt eigentlich... Der schnellste Weg ist jetzt eigentlich echt durchs Käferlabyrinth, ne? Zu dem Server zu gelangen. Ich könnte ja aus Spaß nochmal die Nightmons antriggern, dass die uns töten. Einfach nur. Weil wir es können. Aber warum sollte ich? Der Geist vom verstorbenen Nogger. Knogger. Nogger. Nogger ist ein Eis. Knogger. Sprich mir das eigentlich Knogger aus oder Nogger? Knogger würde ich immer... Denke ich immer an Eis. Ich möchte nicht die ganze Zeit an Eis denken. Den haben wir weggesnackt. Gesnackt haben wir den. Gesnuggelt. Ja, ich würde mich auch von Sandy fernhalten. Die ist ein bisschen creepy. Also ich persönlich habe Angst. Oh, den ersten Teil Ratchet & Clank. Oh Gott. Die habe ich nicht mal mehr. Weißt du, die Playstation 1 Teile? Diese ganz, ganz, ganz alten Teile. Oh Mann. Ja gut, ganz alt. 2003. Ja gut, das sind auch noch 13 Jahre. Oh Gott, wenn ich das so höre. Das ist 13 Jahre her. Das ist gar keine Lüge. So, das Gute ist auch, ich habe mir heute hier gar kein Trinken hingestellt. Also werde ich bestimmt irgendwann Sand husten. Aber, naja, was. Das weiß ich mal nicht so anliegen. An, 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 an Stellen. An Lügen. Oh Gott. Pokémon habe ich, ich gucke kein, ich gucke kein Pokémon. Vom Pokémon bin ich, vom Pokémon bin ich wirklich meilenweit entfernt. Ich bin nicht so ein großer Pokémon Fan. Ich bin eher so der Digimon Typ. Pokémon ist eher, ja, weiß nicht. So eine Begleiterscheinung. Muss ich mal so sagen. Pokémon ist eher selten, wo ich mal... Wie gesagt, die Folgen, die Spiele, da bin ich komplett raus. So, wenn wir jetzt durchs Käferlabyrinth gehen, sollten wir ja ganz schnell da hinkommen. Was, wer hat den Schraubenschlüssel nicht umsonst? Achso. Ah, wer weiß. Jetzt tut sie mir halt nicht mehr weh. Jetzt steht sie nicht mehr hinter mir. So, jetzt geht es aber erstmal ins Käferlabyrinth. So. Vom Käferlabyrinth kommen wir nämlich ganz schnell auf den normalen Server. Von dem normalen Server können wir dann ganz schnell zum Azuka. Zu Azuka City. Und von da an, ja, wie, 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 wie. Ja, Digimon ist eindeutig besser als Pokémon. Da hat Oliver recht. Da hat er einfach recht. Selbst die, 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 die Serie fand ich einfach besser. Da fand ich das, weiß ich nicht. Pokémon, ich kenne mich ja auch echt nicht mehr aus. Es wäre schön, wenn neues Digimon kommen würde. Also richtig neu und richtig auf Deutsch und so. Ich weiß nicht, was, was war das eine, was jetzt gerade... Wie heißt das, was gerade läuft von Digimon? Oh Gott, weiß ich gar nicht mehr. Oh, es tut mir leid. Alter, schon wieder weggesnackt. Also fast weggesnackt. Boink. 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 Wo kommen wir denn nochmal raus? Ach ja, wir kommen... Ah ja, genau, da kommen wir raus. Hm. Ja, von da aus geht es eigentlich auch recht schnell. Müssen wir nur da schwimmen gehen? Und von da an schwimmen geht es denn da... Ja, hm, 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 hm. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja. So in etwa. Ja, ich habe früher Spongebob geguckt. Ich habe früher Spongebob sehr viel geguckt. Meine Lieblings-Spongebob-Folge? Ich stehe auf die Filme. Beide Filme sind der Hammer von Spongebob. Ich finde die echt cool. Ich finde die Taube Nüsschen-Ding cool und das... Boah, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, wo sie denn in Real da rumhüpfen und sowas. Ich stehe drauf. Ja, mein Pokémon. Mehr als 50 Digimons, ja, das ist halt... Was ist denn jetzt hier los? Warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Was soll hier abgleiten? Abgleiten, ja. Schön, abgleiten, weiß Bescheid, ne? So, wo sind wir? Ach ja, im Käferlabyrinth. Der verzweifelte Versuch, aus dem Käferlabyrinth zu fliehen. Und die Digimons zu leveln. Hey, Level 90. Kann Technik laden? Drama Buster. Drama Buster vor allem. Also ich habe es echt gefeiert. Muss ich sagen, der Film war echt cool gewesen von Spongebob. Der Teil. Ich meine, wie gesagt, der Taube nüßt ja ein Ding und das fand ich auch schon total geil. Habe ich sogar auch Playstation 2 Spiele von. Das Spongebob Schwammkopf, der Filmspiel oder wie das heißt. Ist auch ganz cool. Habe ich auch immer gerne gespielt. Gut, ich habe sowieso, naja, ein paar Spongebob Spiele. Aber Spongebob ist ja auch Kult. Er hat was von Simpsons und so, einfach, was man früher halt immer gesehen hat. Mit Patchy den Piraten und so. Das weiß ich nicht. Hat irgendwie Stil. Dieser richtig kranke, dumme Humor. Genau, das ist quasi mein Humor. Merkt man es vielleicht geringfügig, aber das ist so mein. Was? 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 Es kam nur, warum liegt da Stroh und warum trägst du eine Maske? Es hat nix damit zu tun. Ich schwöre. Ich schwöre. So, das ist hier. Ich habe ein Let's Play von Spongebob. Employer of the Month. Ist auf meinem Kanal. Musst du, musst du, musst du gucken. Ist auf meinem Kanal. Employer of the Month. 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 Ja, Month. Ich glaube, Month. Mitarbeiter des Monats. So, wir sind in Deutschland. Wir reden hier Deutsch. Habe ich sogar mal gemacht. Let's Play davon. Es ist actionreich und voller Erotik und Spongebob und, ja, weißt du? Humor, Erotik, Thriller, Action. Alles ist dabei. Horror. Von der Grafik her bestimmt eher Horror, aber, hey, es ist trotzdem ein cooler Spiel. Yay, Level 35. Nur noch 5 Level bis Level 40 und, nee, Alice Madness Returns, habe ich mal von gehört, aber habe ich noch nie selbst gespielt. Ich weiß nur, ist, glaube ich, ein Horror Game, wenn ich mich nicht irre. Wenn man irre ist, irrt man sich sehr oft. Oder so. Irgendwie. So. So.